Der Ball springt aber zu Holzi, der könnte jetzt doch einfach mal abziehen, will sich aber da durchtanken. Und da wird kurzerhand einfach mal der Boris in die Unterwelt geschickt. Und der Post SV schlägt den Ball nach vorne, das ist kein Abseitsunternehmen. Aber direkt vor Siggis Fuß. Aufstellung, hat es eine kleine Änderung gegeben, ist auch schon kommuniziert. Heute stehe ich bei euch im Tor. Genau, das haben wir so abgesprochen. Auf! Hey, hey, hey! Ja! Ja! Sieh! 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 Nicht, dass man jetzt denkt, dass Meli jetzt nicht eingeweiht wird. Piero kommt zur zweiten Hälfte. Ray, das Krankenhaus darf heute im Sturm. Freude! Ich heute wieder auf der linken Verteidiger-Position. Was hast du dazu gesagt, Sile? Endlich zu null. Er meinte, links ist dicht. Aber das liegt daran, weil ich immer noch dicht bin von Freitag. Aber macht dir keinen Stress, ich werde heute einfach nicht laufen. Und einfach zu Hause, äh, zu Hause sag ich schon. Ich werde heute zu Hause in der Verteidigung sein. Ach, du bist doch nur... Ich habe dem gerade gesagt, ich werde auf gar keinen Fall... ...trinken. Ich lache ihn aus, weil er Stutzen vergessen hat. Ich bin von Jägo. Ich gucke in meine Tasche. Habe ich auch Stutzen vergessen! Zum Glück ist Lukas hier. Er hat schöne Stutzen. Also, das Ding ist, jetzt sind die halt schön, Bruder. Bruder, danke, danke. Bruder, dieses saurige Gesicht, Bruder. Das waren deine Lieblings-Schnutzen! Bruder, jetzt, jetzt so, damit hier ein bisschen free. Scheiße! Es geht alles schief. Ich weiß nicht, woran es liegt. So ist das in der Kreisliga. Schön auf Kamera. Du weißt, dass du in der Kreisliga bist, wenn es nicht mal eine Münze gibt und hier geschnickt wird. Und damit startet das Spiel heute auswärts gegen den Post SV Düsseldorf. Wir starten direkt mit einem Angriff von uns über Boris, der auf Sigi spielt. Der jetzt hier mitten im Diagon nach vorne Richtung Matze, der aber nicht mehr ganz da an den Ball kommt. Und Matze, unser Nager, setzt hier direkt mal free ein Zeichen. So muss das sein. Holzi treibt den Ball nach vorne und spielt jetzt hier links raus auf Sigi. Der packt den Elastico aus! Da ruft auch schon TikTok an, den Clip seht ihr bald bei Sigi. Wir schalten hier direkt um und machen weiter Druck und kommen hier mit ein bisschen Gewuschel mal wieder in den Ballbesitz. Ray ist jetzt hier am Ball. Sieht da außen? Wer sieht denn eigentlich da außen? Hier sehen sie die Klasse unseres Mario Brattes mit einem wunderschönen Ball da in den Lauf von Sigi. Aber leider kommt der Torwart früh genug raus. Und Uwe versucht es jetzt hier mit dem nächsten hohen Ball in Richtung Kanonenkugel. Ray, der nimmt den Ball hier erstmal an. Kleine Täuschung und überlässt jetzt mir hier die Pille. Ich mache erstmal die Meter, gehe mit dem Ball spazieren und da startet auf einmal der Matzel. Der ist jetzt eins gegen eins von Torwart durch, aber der Torwart hält ihn. Ich heute als linker Verteidiger unterwegs, kriege auch mal den Ball und mache hier ein paar Meter und spiele jetzt dem Holzi in den Lauf, der da ganz viel Platz hat. Holzi versucht es jetzt hier mit dem Seitenwechsel, aber keiner kommt mehr an den Ball. Matzel beschwert sich natürlich, dafür ist er bekannt. Matzel sieht jetzt vorne da den Sigi starten, spielt einen schönen Ball hier in den Lauf. Und Sigi probiert es einfach mal mit links und der war ganz schön knapp. Der nächste butterweiche Ball von Bratte in Holzis Fuß, der ihn perfekt einfach annimmt. Und in diesem Spiel haben wir wirklich mal ausnahmsweise Superkom... Ach, vergesst es einfach. Und auf einmal müssen wir hier aufpassen, dass wir hier keinen Konter kassieren. Ja, die Briefträger machen das Ganze schnell, aber zum Glück haben wir hinten den Oktopus im Tor, der hier die Tentakel auswirft. Die nachfolgende Ecke wird hier scharf in den 16er getreten, aber Mario fischt den Ball da aus der Luft. Und da kommt der nächste pornöse Ball nach vorne. Das klingt nach einem Genickbruch. Boah, ja, die Bestie spielt jetzt hier den Ball nach vorne. Pablito täuscht kurz an, aber Sigi schnappt sich jetzt hier die Pille und schlägt eine Flanke auf den Matzel, der da schon wieder am Laufen ist. Der nimmt den Ball jetzt hier an und versucht es einfach mal gegen 4. Kommt er da durch? Nein, er kommt nicht durch. Die Bestie spielt den Ball jetzt hier raus auf mich und ich gehe wieder ein paar Meter, hatte aber ein bisschen Platz, spiel den Ball auf Sigi. Und Sigi hatte heute nur ein Motto und zwar Hauptsache Diagos. Ganz egal wo oder zu wem, Hauptsache Diagos. Wir sind hier kurzerhand mal komplett eingeschlafen, machen einfach gar nichts mehr und der Post SV schlägt den Ball nach vorne. Das ist kein Abseits und auf einmal sind sie da vom Tor, aber unser Oktopus hat den Ball natürlich. Ein Wurf FC Brotautos. Boris versucht den Ball da zu verlängern in Richtung Ray, der aber nicht da dran kommt. Eigentlich sollte jetzt alles geklärt sein. Sigi läuft aber den Torwart an, der das nicht schlecht macht. Rays Hust ist noch dazwischen, aber bringt auch nichts. Wir haben hier noch nicht lang gespielt und da gibt es schon wieder Diskussionen mit dem Schiri, ja, mit unserem Raufbold Abge, ja. Es gibt einfach kein Spiel bei uns ohne bisschen Rangelei. So, nach dem Raufen ging es dann auch weiter. Abginio spielt jetzt hier einen Pass auf mich und ja, ich mache hier erstmal ein paar Drehungen einfach im Mittelfeld. Da greift mich ja auch eh keiner an. Versucht es mit einem Ball in die Spitze, aber da kommt noch ein Verteidiger dazwischen. Und Holzi, der weiße Engolo Kante, ist schon wieder im Ballbesitz und er läuft und läuft und man kann ihn einfach nicht vom Ball trennen, außer wenn er es will. Schiebt den Ball hier auf Sigi und der natürlich mit einem Diago Wertes gedacht. Der springt aber leider von Matzels Hühnerbrust direkt zum Torwart. Der Lost S4 versucht jetzt hier einen Angriff aufzubauen, aber wir machen gemeinsam hier schon frühzeitig Druck im Mittelfeld, sodass hier Buria auf jeden Fall an den Ball kommt und er schnappt sich die Pille und geht erstmal komplett ab. Buria die Maschine jetzt gegen eins, gegen zwei. Ja, da ist der Ball halb weg, aber dann nimmt er sich ihn einfach wieder und schießt einfach mal, aber in den Rücken vom Gegner. Pablito fand, es gab noch zu wenig lange Bälle und deswegen macht er auch nochmal einen und Ray Clarton hier perfekt, bevor Sigi abschließen kann. Heute wird hier wieder gezaubert, der Matze lässt erstmal einen aussteigen, dann paar Übersteiger wie Rivaldo und den Pass auf Buria. Ja, der passt direkt weiter zu Pablito. Der guckt erstmal, was geht da vorne ab und schlägt einen weiten Ball, aber da kommt leider keiner dran. Feine Kost SV jetzt, aber auch mal wieder mit einem Angriff. Man sollte den Gegner natürlich nie unterschätzen und Boris entscheidet sich dazu, mal wieder einen Gegner in die Unterwelt zu schicken, auch wenn er eigentlich nichts gemacht hat. Abwurf Mario Bratte hier auf mich. Ich versuche den Ball hier unter Kontrolle zu bringen, da kommt schon der Gegner, nämlich reingeschwindet und schlägt sich selber hin. Immer noch eine heikle Situation, die wir aber dann klären können. Wir sind im Spielaufbau und ich wollte mal wem anders spielen, außer dem Sigi, weil der hätte doch eh wieder nur einen Diago geschlagen. Deswegen wuschel ich mich jetzt da durch, spiele den Ball auf Polzi, der gibt mir den Ball zurück. Ja, das hier meine Freunde ist einfach diese Brotatus-Connection. Ja, wir sind immer noch im Ballbesitz. Boris spielt den Ball hier raus auf Sigi und der jetzt mit dem 18. Seitenwechsel, der schon wieder nicht funktioniert. Trotzdem bleiben wir im Ballbesitz. Der Ball springt wieder zu Matzel, der den nächsten Gegner nass macht mit Zug zum Tor jetzt hier, aber wieder im Abschluss scheitert. Jetzt mal eine Ecke hier von Sigi, die kommt hoch rein. Erstmal der Verteidiger von der Post dran. Der Ball springt hier nochmal ein bisschen rum und Boris, Full-Risiko. Der kann mal reinspringen. Und was haben wir denn hier? Einen Diago von Sigi Richtung Matzel. Der Gegner spielt jetzt keinen Handball. Sigi zündet jetzt mal den Turbo auf der rechten Seite. Ja, wird da noch fast von den Beinen geholt, aber rennt da immer noch die Linie runter. Spielt den Ball jetzt rein? Der Gegner verpasst den Ball, der Ball springt zu Ray und er zieht mit einem 300 kmh Schuss ab. Keine Ahnung, wie der Torwart den halten konnte. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ihr wisst ganz genau, was kommt. Die Briefträger hier im Ballbesitz spielen hier einen Doppelpass, aber ich bin hier dazwischen und kann mir den Ball stibitzen. Spiel den Ball jetzt hier auf Pablito und der hat die zündende Idee, sieht er schon wieder den Matzel starten und spielt einen hohen Ball auf ihn. Der nimmt den da erstmal mit einem Volley an, geht da am ersten Gegner vorbei, spielt den Ball jetzt da rein und da ist Ray mit dem ersten Saisontor. Die Kanonenkugel macht das Ding. 1 zu 0 für uns. Nach dem 1 zu 0 haben wir uns natürlich nicht ausgeruht. Direkt hier weitergemacht, kommen hier wieder direkt dazwischen, können den Pass unterbinden, spielt den Ball jetzt hier auf Pablito und der sieht direkt Boris vorne. Wir machen es wie Real und nutzen den Anstoß. Back und das ist das 2 zu 0. Direkt nach dem Anstoß der Gegner. So muss das sein. Wir stehen jetzt hier gerade mal ein bisschen tiefer, aber da kommt Siggi angeslidet und er kämpft sich den Ball mit einer schönen Gretsche. Pablito geht ab, spielt den Ball jetzt hier raus auf Siggi. Der leitet weiter auf die Beste direkt mit Hacke hoch. Nochmal auf Siggi. Der packt natürlich auch nochmal die Hacke aus und es geht weiter. Flanke wird zunächst geklärt vom gelben Mann. Der Ball springt aber zu Holzi. Der könnte jetzt doch einfach mal abziehen, will sich aber da durchtanken und wird gefällt wie ein Baum. Siggi wird den Freischuss jetzt hier bringen, zirkelt ihn über die Mauer an. Die Latte, die Pille ist noch heiß. Siggi hau das Ding jetzt hier in den Kasten. Aber das Tor zählt nicht. Das sind unsere besten Spiele, muss man ehrlich so sagen. Hätte 10-0 schon für uns stehen können, Mario auch ein paar Dinger. Geisteskranken halten, gar keine Frage. Aber wenn wir das hier nicht gewinnen, was machen wir dann hier in der Preisgabe? Nochmal größer, durch die Kurs. Wenn du das siehst, lad mich rein. Wir sind bald in Madrid, also vorgehen. Kommt gleich Tor oder machst du immer noch diese Aufwärme? Also sagst du es kommen. Sagst du, Tor kommt jetzt. Safe nicht, aber ich will. Let's go in die Zweithalbzeit. Die Kugel passt die Kugel nach hinten und wir bauen das Spielchen auf. Sühle spielt den Ball jetzt hier zurück auf unseren Oktopus. Der sieht direkt auf außen Spidey. Schöner Touch-Ease da. Und macht natürlich erstmal hier die Meter. Siggi jetzt am Ball. Und in der zweiten Halbzeit will er scheinbar keine Diagos mehr spielen. Er probiert es jetzt nämlich hier mal mit einem flachen Pass. Aber der kommt leider nicht bei mir an. Der Ball ist jetzt beim Gegner. Und Matzl, unser Naga, kommt jetzt hier an den Ball. Geht erstmal ein bisschen, guckt, wo sind die Leute. Versucht es erstmal selber. Geht ins Dribbling rein. Ein Doppelpass mit dem Gegner und wird jetzt hier gefoult. Cristiano Ronaldo. Nicht ganz Cristiano Glatzenaldo jetzt hier beim Freistoß. Er läuft an und ganz geschmeidig setze den Ball leider an die Latte. Die Briefträger versuchen das Ganze hier schnell zu machen und die Post in Windes Eile auszuteilen. Und da wird kurzerhand einfach mal der Boris in die Unterwelt geschickt. Und Boris ist auch an der nächsten Aktion beteiligt. Er kriegt jetzt hier den Ball, zieht direkt ab, aber setzt ihn leider ans Außennetz. Unser Torschütze zum 1 zu 0 wird jetzt hier ausgewechselt. Und dafür kam Piero. 69, der Riese. Mario schlägt jetzt hier einen hohen Ball in Richtung Kamera. Und Matzl mit einem schönen Touch. Sigi spielt den Ball rechts raus auf Matzl, der bis jetzt ein super Spiel macht. Auch hier setzt er sich wieder durch. Nur mit einem Tor konnte er sich noch nicht belohnen. Und das bleibt auch erstmal so. Piero grätscht da noch rein wie ein Irrer. Perfekt. Freistoß lost SV. Der ist hoch in der Luft, aber Buria kann ihn mit seiner Birne runterpflücken. Auf Matzl. Der direkt wieder auf Boris. Der spielt einen schönen Doppelpass mit einem Gegner. Lux sich den Ball wieder ab und schickt jetzt Sigi. Und so viel Platz darfst du C.R. Zigi nicht lassen, denn er schießt hier das 3 zu 0 ganz trocken links unten. Und wir haben jetzt Blut geleckt. Wir haben immer noch nicht genug. Pablito steckt den Ball jetzt durch zum Matzl. Und der war wirklich nur knapp vorbei. Man fragt sich, woran hat es gelegen? Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, immer noch am Ball. Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe, Ankara, Uwe. Er spielt jetzt den Ball auf Boris. Alles gut? Der Uwe bringt jetzt hier den Freischuss mit einem schönen hohen Ball in Richtung zu mir. Aber für den bin ich leider zu klein gewachsen. Aber ist auch egal, denn der Matzl ist schon wieder hier am Ball. Unser Nager zieht jetzt hier nach innen, spielt den Ball. Ich schieße aber der Verteidiger. Kratzl noch vor der Linie. Sigi schießt auch nochmal. Der nächste Verteidiger dazwischen. Wir wollen hier unbedingt das nächste Tor, aber kriegen ihn nicht rein. Uwe, Uwe, ist am Utermann. Holst sie jetzt hier an. Der Pille legt ihn rüber auf Boris. Und der hat so viel Platz. Zieht ab. Und er ist drin. Ey, der Bestie darfst du einfach nicht so viel Zeit am Ball lassen. G, G. Boris, die Bestie. Mittlerweile steht es jetzt also 4 zu 0. Pablito ist hier komplett am Zaubern. Nimmt den Gegner hier kurzer Hand. Hops, steckt den Ball jetzt durch zu Piero. Der schießt einfach direkt an den Pfosten. Der Ball ist noch heiß, aber wird jetzt hier geklärt. Der Ronaldinho vom Post-SV am Ball. Aber unsere Sechser können ihn hier vom Ball trennen und starten hier direkt. Den FC Brotatus-Zug übermatzelt er doch jetzt endlich mal sein Tor braucht. Komm, Junge, zieh, zieh. Doch, zieh doch mal, bitte besser. Daraufhin hat er direkt für bessere Abschüsse gebetet. Ecke FC Brotatatas, die erstmal rausgeköpft wird, aber direkt vor Sigis Fuß. Oh mein Gott. Frag mich warum, aber der Meli ist hier auf Außen am Tanzen. Das Spiel läuft die ganze Zeit weiter. Wir sehen jetzt hier leider nicht so viel. Pablito ist am Ball. Ich schnapp mir jetzt hier die Pille, spiel den Ball auf Uwe. Uwe schlägt das Ding rein und Piero hält einfach den Kopf hin und rotzt das Ding mit dem Kopf rein. Wir haben natürlich immer noch nicht genug. Ich weiß gar nicht, wie viel steht. Holze jetzt mit dem Ball auf Matzel, der doch jetzt mal endlich sein Tor braucht. Verstolpert hier aber den Ball. Und jetzt Nummer 14. Muss den natürlich mit einem Fallrückzieher klären. Und ab einem Stand von 6 zu 0, da darf man dann auch mal die Melone einwechseln, denn der wollte auch noch mal ein Törchen. Matzel vergisst hier ganz kurz, in welche Richtung wir eigentlich spielen und gibt so Post-SV noch mal die Chance. Die Chance vielleicht hier den Ehrentreffer zu erzielen. Nummer 7 am Ball, aber der vergisst, dass da Mario Oktopus im Tor ist, der einfach 8 Tentakel hat. Wir starten mit einem bisschen Gewuschel in unserer eigenen Hälfte, aber wir kommen jetzt hier an den Ball. Boris jetzt mit der Hacke in meinen Lauf. Ich schnapp mir hier die Pille mit einem Außenrisspass auf Spidey und der direkt mit einem Seitenwechsel in Richtung Piero. Also das sind Spielzüge hier wie aus dem Lehrbuch. Boris legt ihn ab auf Holzi, Holzi scheitert aber hier zuerst und Piero netzt mit der Picke ein. Was ein dreckiges Tor. Aber Glückwunsch, jetzt einfach schon fast Topscorer. Und Boris die Bestie geht und dafür kommt Diego, the GOAT. Abginio de Nutrinho jetzt hier am Ball und der überspielt einfach mal das gesamte Mittelfeld hier auf. Diego, der auch ein super Pass spielt. Piero legt mir den Ball auf mein Brüstchen, aber ich brauche einfach zu lange im Abschluss. Wir befinden uns mittlerweile in der Nachspielzeit. Letzter Eckball von Siggi, der tropft erstmal durch, aber Matzel setzt hier gut nach, nimmt nochmal den Uwe mit, der spielt das Ding nochmal scharf rein, der Torwart lässt das Ganze abkriegen, Zweidee versucht aber, verzieht das Ding. Spidee! Wohin, wohin, wohin! Ja! Elva! Elva! Ich schütze meine Mutter! Ja! Ich schütze meine Mutter! Schönes Vorherst, Mann, Alter. Wei, 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 wei. Ich sag nur eins, gib mir ein Haar. Ein Haar willst du? Gib mir ein Haar. Da ist es, Freunde! Da ist es! Michael, komm, wie ich? Ey, Jungs, das war so fließend. Jetzt reicht das jetzt auch, oder? Oder? Das war mein letztes Spielkommeck jetzt. Geil, wei, 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 wei. Wie war? Schützenfest heute, alles auseinandergenommen. Der Ehremann! Mir Pizza gebracht! Ein Schlitz drin, willst du nehmen? Geil, Alter. Oh, egal. Nein, ob diese Pizza Corona hat, aber... Guck, egal, Bruder, gönn dir! Ja, ja, Alter. Schmeckt, ne? Immer noch ein bisschen besoffen, aber da ist der erste Sieg 20-22. Leider nicht zweistellig, aber immerhin 7-0. Ne, ne, ich hab extra 7-0, dachte ich, meine Rückennummer schieße ich jetzt kein Tor. Ja, hast du gut gemacht. Aber hat sich der Matze nämlich auch so gedacht. Der hat sich das leider schon beim 1-0 gedacht. Aber checkt hier den Banditenhudi im Shopper. Rotator Bandit, arrr. Nur deswegen haben wir heute die Uhr, glaube ich. Was wollte ich sagen? Nächstes Mal gehen wir auf deine Rückennummer. 13. So wie im Klub. Ja, bist du? 13.